Wie viele alles hatten, das Ding bitte, ey. Waren doch jetzt schon 5, oder? Nächstes? Nö, das ist das fünfte. Das ist das fünfte. Das ist das fünfte. Also, das letzte auch. Da ist ein Zombienteich. Hier müssen wir uns jetzt gleich wieder verteidigen. Ach, super. Genau in dem Moment. Lassen die einfach Zombies am Leben, ey. Ich glaube, der hackt. Doch gar nicht. Bist das du eigentlich immer von mir Lauch? Tun wir hier nicht so große Ansprüche stellen, ne? Ja. Du bist nur so ein kleiner Lauch, der wo ein Kannibal ist, also bitte. Ähm, da oben ist ein Charger. Oh, ja. Deswegen töten sie. Wie die jetzt? Ja. Alter. Alter. Alter, hab ich jetzt viel Leben durch diesen Hohensunfall. Oh, ne. Kam die alle her? Hä? Oh, Mann. Da muss ich mich gleich erzählen, oder? Wie lächerlich. Oh, da. Oh, nein. Hm. Ja, die Stelle kenn ich. Ist das nicht das, wo man aufm Heli sich verteidigen muss bis dahin? Du musst aufm Heli warten, auf jeden Fall. Ja, doch. Ja, ja. Ah, ja. Das kenn ich. Was das? Geh weg, Mann. Ich will. Geht das nicht? Mann, ich will auch mal. Ja, komm mal her, ey. Ja, sag doch was, mein Gott. Ja, du bist da hinten und stehst da. Ja, ist doch auch nicht toll, dass ich hier stehe. Okay, da komm ich hin. Mann. Mh. 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 Ja, was sitzt hier? Ja- hier. Da muss unten jemand noch einmal F drücken. Ah. Ich ballert den Mond ab. Ich wette das ist der geheimen Stützpunkt der Zombies. Meine Fresse. Da macht's halt keiner. Hab's doch! hallo hey ich hab doch gerade auch nicht mehr drauf drücken können was soll der scheiß jetzt endlich hilfe nah so viel kannst du ja auch nicht treffen mit dem ding glaube ich außer wenn man einmal glück hat uns von der richtigen richtung kommen gut ja so viel ist es bisher sie haben neben den lauf ja da kommt jetzt ein lauf gratis lauf da hat er hat er kann leitern tolle jetzt kommen sie viele oder was will man mich eigentlich verarschen könnten die jetzt mal endlich näher kommen irgendwas hat er gespuckt hier aber was so bomben ja liegt alles hier oben herumwerfen wenn man will ich denke jetzt hoffentlich kommt er von irgendwo ich kann nicht ganz treffen hm hm hübs hübs hat er getroffen oh ja auch noch nicht so gut gekommen oh god oh 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 ja oh so oh d oh 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 Das ist echt scheiße. Nooo! Wir retten Leute da so rum, ey. Der Partier geht wieder. Das ist ein bisschen zu. Mach einen im Ding. Schlecht. Ja, der kann nicht. Treppenhof glaub ich. Ist ja irgendwo eine Rohrbomb oder sowas. Ja, hier ist ein ganzer Haufen. Ah, ok. Ich hab das Level eigentlich zu. Werder. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Ich auch. Wir können ja mal... Wir sind einfach mal auf Speer gespielt. Wir können ja mal in diesen... diesen Hardcore machen. Wo man nach 3 Schicks tot ist. Nein, 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 nein. Oh, Tank irgendwo. Wieder. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Der Molotow. Mit dem dies. Das ist jetzt weg die Erik hier. Wo ist er denn jetzt? Oh, ich hab keine Muni mehr. Ah, da. Super. Danke, Böö, fürs Gang. Was gut gemacht. Den Tank tanken. Ja. Ich heil mich mal. Ich heil mich mal. Da kommt der Helikopter. Ja. Heißt, es kommt nochmal ein hier... Da. Wo landet ich denn? Nein, du. Ich bin in der Nähe. Und nochmal ne Robbe bin nach. Ah, ne. Und dann nochmal ne Robbe bin nach. Da. Ok. Nein! Nein! Ach du Scheiße. Pass auf dir. Kommt ein Leibtuch und dann... Oh, ich brenne. Aua. Noll. Tank tank. Tschüss. Oh. Bis Bill. Los. Hier gehts los. Wir sind alle hier drinnen. Ja. Bill war noch nicht tot. Guck mal der Zombie, der hängt da voll. Ja, die hauen in Luft. Äh. Ja, bei mir hängt da einer ein bisschen. Nö. Guck mal der Tank hier an. WTF. Ja, das war's. Hier sind die Kings. Wir haben Bill einfach im Stich gelassen. Wer ist denn Bill? Armer Bill. Die sind voll scheiße. Ich... Ich kenne nur Coach. Ja. Eindeutig. Ah, so geht's überhaupt. Coach ist der einzige wahre NPC. Hast du gar nicht. Oh. Als... Als ob jemand an den denkt. Ja. Und Walder steht nicht mehr als er selbst. What the fuck. Oh doch. Ja, so. Juno Gazei ist Zoe. Ja klar. Das heißt, der Zoe ist Juno Gazei. Hm. Da Bill ey, dieser... Noob. Ja, aber entsprechend Juno Gazei gespielt. Ja. Sehr viele Nahkampfkills. Hm hm. Ja stimmt eigentlich. Müsste Snacks nehmen. Ja. Oder ne Schere. Alter, nimm der Lauches echt. Meiste... Wenigster Kills, wenigster Damage. Ah ja. Wollten ja einfach... Wenig... Ähm. Juno, warum hast du eigentlich immer so viel gegen die Verbündeten? Hm hm hm. Jaja, stimmt. Du wirst halt so Jandere, weißt du. Ich schieß manchmal auch mit Absicht auf euch. Ja, ich weiß. Hahaha. Ja, vor allem auf Bill, weißt du. Ja, au und auf mich... Ja, und auf dich. Ja, das ist auch üblich halt, ne. Weil ich einfach nicht einsehe, dass irgendein toter Char hier mitspielt.